Musik Ich erwarte, dass es wieder so gut wird wie jedes Jahr. Stimmung, einfach Spaß haben, ne? Dafür sind wir hier. Mozkauni! Herzlich Willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Viel Spaß heute Abend, lasst uns krachen und wir teilen. Viel Spaß, Kohl! Viel Spaß, Kohl! Musik Was findest du das Beste an diesem Abend? Hier zu sein. Ja, weil das Betriebsklima hier super ist. Ja? Ja. Also ich komme mit meinen Jungs auf eine Baustelle, das ist einfach so. Musik Alle werden zusammengeschweißt. Jeder ist irgendwie mit dem Motto nahe und es passt einfach. Was ist dein Highlight des heutigen Abends? Die reinesische Nummer, die da gerade läuft. Meinst du, die sind besser als DJ Özil, der gleich noch kommt? Nein. Ja. Reist ihr, ja! Reist ihr euch doch! Ganz, ganz schnell! Barbara, eine sehr geile Party, wie jedes Jahr! Wie seid ihr auf das Thema Altenzauber gekommen? Altenzauber bin ich deswegen schön, erst mal, weil ich die Berge selber total liebe, ich den Rückencharakter total liebe, und ich weiß, dass da jeder was mit anfangen kann, und dass sie alle Spaß haben locker zu tanzen, fühlen sich nicht irgendwie eingeengt, da kann jeder mit dem Thema was anfangen und kann Spaß haben! Ja, ich bin sehr zufrieden und glücklich heute Abend! Schön, das hören wir gerne! Ja, tolle Feier! Superfest, wie immer! Viel Spaß gehabt! Cool, danke! Viel Spaß, ciao! Ciao!